Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine Squad-Billing-Challenge-Lösung vorstellen und zwar die tägliche Footmess-SBC. Ich versuche vielleicht sogar jetzt wirklich jeden Tag diese SBC rauszuhauen und euch dann eben eine günstige Lösung zu präsentieren. Wir gehen das Ganze hier mal durch. Es hat mich tatsächlich unter 10.000 Münzen, weit unter 10.000 Münzen gekostet. Also wirklich verdammt günstig und man bekommt dafür ein 35k-Set. Also Leute, ich würde euch raten, macht diese SBC auch, denn da könnt ihr wirklich für unter 10.000 Münzen ein 35k-Pack abstauben. Und da hoffe ich natürlich jetzt schon sehr auf eine Leinwandkarte. Leute, schreibt mir unbedingt auch in die Kommentare, ob ihr die SBC gemacht habt und welchen Spieler ihr gezogen habt. Vielleicht hattet ihr ja Packlack, man weiß es nicht. Leute, come on, wir drücken einfach drauf. Das soll jetzt nicht da irgendwie unnötig in die Länge gezogen werden. Komm, das muss eigentlich ein Leinwandspieler sein. Es ist ein Leinwandspieler, come on. Es ist ein Leinwandspieler, come on. Frankreich, RM, das ist Dembélé. Yes, 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 alter, der ist was wert. Nice. Dembélé dürfte noch was wert sein. Sehr, sehr geile Sache, alter. Einfach mal Dembélé gezogen, krass. Das kann man mal so mitnehmen. Den habe ich als Duplikat, weil ich den Untausch schon habe. Aber natürlich können wir den hier dann verkaufen. Oh mein Gott, was ist der gute Mann wert? Ah, der ist schon stark gesunken. Ah, der ist stark gesunken. Der ist stark gesunken. Naja, immerhin, immerhin, ja, 5k Gewinn gemacht. Mehr als 5k, denn die anderen Sachen können wir auch verkaufen. Dembélé kostet ca. 15.000 Münzen. Das kann man schon mal mitnehmen. Und dann hier noch Fitnesskarten, Positionsumwechselkarten und dann da noch einige Spieler. Also Leute, ihr bekommt da die Coins ziemlich safe raus. Ihr seht schon, Abschlusspreis ist auch schon 4.700. Und alles hier könnt ihr natürlich verkaufen. Verkaufen, die Verträge sind ja nur beim Abschlusspreis zum Beispiel 63. Die könnt ihr aber locker für 200 Münzen verkaufen. Fitnesskarten sind 700 wert circa. Und dann da so Positionswechselkarten sind teilweise auch verdammt teuer. Und man weiß es gar nicht. Zum Beispiel die hier kostet einfach mal 2.500 Münzen. Also Leute, ich würde euch raten, diese SPC einfach mal zu machen. Ihr könnt auch bei meiner Lösung natürlich noch ein bisschen was ändern. Man kann zum Beispiel statt Deule vorher eine andere Karte nehmen. Das wäre dann allerdings ein Silberspiel. Aber vielleicht könnt ihr den ja irgendwie günstig bekommen. Oder ja, da gibt es einfach sehr, sehr viele Optionen. Also würde ich euch raten, da auch ein bisschen zu versuchen, nicht genau dieselben Karten wie ich zu nehmen. Sondern vielleicht das ein oder andere bisschen zu verändern, dass ihr dann noch günstiger aussteigt. Und ja Freunde, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich alle Footmas SPCs hochladen soll. Ich werde es versuchen natürlich, wenn es sich zeitlich ausgeht. Und ja Leute, dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt immer high hopes und ciao.